Hi Leute, heute möchte ich euch die Veko Achat vorstellen. Das ist eine 12 Schuss Feuertopfbatterie mit Crackling und bunten Kometen. Ja, diese Batterie ist aus dem Sortiment Jevels of the Sky, das es dieses Jahr bei Lidl gab. Und ja, eine wunderschöne Feuertopfbatterie, kann ich jedem nur empfehlen. Und jetzt in englischisch. Wir haben hier eine 12 Schuss Feuertopfbatterie mit Crackling und blöden Kometen. Du siehst es in der Video, 12 Schuss und eine sehr schöne kleine Batterie. Und es ist sehr wichtig, das ist wichtig. Cheap Feuertopfbatterie und du hast auch viel Spaß. Und diese Batterie, ich habe von einem Feuerwerk Assortment, das war von einem Discounter hier in Deutschland. Have a lot of fun. Hier ist es.